Prinz Harry und Meghan Markle sind zum ersten Mal seit ihrer beinahe katastrophalen Verfolgungsjagd mit Paparazzi, die weltweit Schlagzeilen gemacht hat, nach New York City zurückgekehrt. Das Paar nahm an einer Diskussionsrunde teil, moderiert von TV-Persönlichkeit Carson Daly. An der Diskussion nahmen auch der US-Generalchirurg Vivek Muti und Eltern teil, die tragischen Verlust im Zusammenhang mit der Nutzung sozialer Medien durch ihre Kinder erlebt hatten. Sowohl Harry als auch Meghan sprachen mit Emotionen und bedankten sich bei den trauernden Eltern dafür, dass sie Teil der Reise zur Verbesserung der Sicherheit in Online-Communities waren. Meghan fügte hinzu, dass sie vor einem Jahr, als sie die Eltern zum ersten Mal traf, zu Tränen gerührt war. Wir haben einige dieser Familien getroffen, es war unmöglich, nicht zu Tränen gerührt zu sein, so wie ich sicher bin, dass viele von ihnen heute Tränen in den Augen hatten, Als sie diese Geschichten hörten, sagte sie. Man hört diese Geschichten immer wieder, und sie haben immer noch den gleichen Einfluss, weil sie einfach so verheerend sind. Einige Videos haben jedoch festgehalten, wie die Herzogin ihr Gesicht schnell verändert, wenn die Kamera nicht auf sie gerichtet ist. Meghan stabilisierte schnell ihre Emotionen und lächelte strahlend, nachdem sie kurzzeitig von emotionalen Geschichten betroffen schien. Laut Quellenangaben war Carsten Dehli eine der Personen, die am meisten überrascht schienen. Die Herzogin fuhr dann mit einem Vortrag fort, in dem sie die Worte Ich, Mich und Mein Dutzende Male wiederholte. Hier sind einige der Kommentare, die unter dem Video von Meghans verändertem Gesichtsausdruck die meiste Zustimmung erhalten haben, das ist abscheulich. Wieder einmal dreht sich alles um sie. Sie denkt nicht an den gewaltigen Schmerz, den andere Eltern erlitten haben, und sie sind direkt neben ihr. Sie redet einfach weiter und sagt Dinge, die nicht relevant oder hilfreich sind. Tatsächlich sind ihre Worte gedankenlos und grausam. Ich bin mir nicht sicher, ob das schon einmal diskutiert wurde, aber darf ich einfach sagen, wie völlig, völlig abscheulich es ist, dass Meghan bei dem, was eine ernste Angelegenheit sein sollte, lächelt und lacht. Könnt ihr euch vorstellen, dass Catherine so etwas tun würde? Es ist ein schreckliches Foto von ihr. Warum würde sie überhaupt lachen? Es erinnert mich an eine ehemalige Freundin, eine Narzisste, die bei der Beerdigung ihres Ex-Freunds assistiert. Man konnte förmlich sehen, wie sie sich auf die Lippen beißt, um ein ernstes Gesicht zu bewahren, während die Kinder in Tränen ausbrachen. Der britische Kommentator Nile Gardner glaubt, dass Meghan Markle sowohl im Vereinigten Königreich als auch in den Vereinigten Staaten nach wie vor äußerst unbeliebt ist und wies Spekulationen darüber zurück, dass die ehemalige königliche Arbeitnehmer ihr öffentliches Image wieder aufbauen könne. Er ist auf beiden Seiten des Atlantiks äußerst unbeliebt, und diese Ablehnung ist stärker als die von Harry, sagte Herr Gardner der Express am Samstag. All das Geld der Welt wird ihren geschädigten Ruf nicht reparieren. Er ist überhaupt nicht mehr zu retten, und sie hat dies sich selbst zuzuschreiben. Niemand sonst ist schuld. Selbst wenn sie 10 Millionen Dollar für eine PR-Verjüngungskur ausgibt, wird es nicht gelingen. Die Amerikaner und die Briten können jetzt durchschauen, was dahinter steckt. Diese Kommentare kommen inmitten hartnäckiger Gerüchte, dass Meghan trotz ihrer nachlassenden Beliebtheit sowohl in den USA als auch im Heimatland von Prinz Harry einen massiven PR-Umschwung zu erreichen hofft. Nach gescheiterten Verträgen mit Spotify, Netflix oder oberflächlichen Wohltätigkeitsveranstaltungen haben die Menschen das Vertrauen in die Sussexes verloren. Die Effizienz ihrer Arbeit liegt immer unter dem Durchschnitt.